Da waren die alle noch ruhig im Kleinkopf. Wir wussten einfach, dass wir dieses Spiel gewinnen werden und es ist einfach unbeschreiblich, auszusteigen nach so einer Halbzeit. Also ich finde, wir waren gar nicht so schlecht in letzter Halbzeit. Wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt, aber nach Halbzeit hat es gelogen. Jetzt ist der große Schlammern entführt worden, aber es geht ihm gut.